Oberbürgermeister Fritz Kuhn bei der Geschmacksprobe des Rathaushonigs. Die rund 150.000 Rathausbienen haben in diesem Jahr gemeinsam für 444 Gläser Honig gesorgt. Dementsprechend positiv fällt das Fazit vom Oberbürgermeister aus. Hier ist schon ein gutes Klima für guten Honig und der ist auch von der Qualität sehr gut. Wer sich selbst von der Qualität der fünf Bienenvölker überzeugen möchte, der kann das ab diesem Mittwoch tun. Für 5,60 Euro ist das Glas im Rathaus zu haben.